In diesem Video geht es um einen weiteren Teil Edelstahlschweißen mit dem Schweißverfahren WIC. Als allererstes geht es um die Eigenschaften von dem Thema Edelstahl bzw. Rostfrei-Edelstahl. Dazu muss das Material mindestens 10,5% Chrom haben, um eine Passivschicht zu bilden, damit es nicht durch äußere Einflüsse usw. wie zum Beispiel Regen, also Wasser- und Sauerstoffverbindung, eine Rostschicht ansetzt. Eine weitere Eigenschaft beim Schweißen von Edelstahl ist, dass Edelstahl ein schlechter Wärmeleiter ist. Dadurch bleibt die Wärme ziemlich punktuell an der Schweißnaht und breitet sich nicht so schnell aus wie im Vergleich zum Aluminium. Das hat natürlich auch den Nachteil, dass der Verzug im Vergleich zum Aluminium oder Stahl deutlich größer ist. Um dem Verzug beim Schweißen von Edelstahl entgegenzuwirken, muss man natürlich ein paar Sachen beachten. Wie zum Beispiel beim Schweißen von Kehlnähten, dass man die Bleche ein bisschen ein Stück vorspannt, wenn man einseitig schweißt, dass sie sich nach dem Schweißen wieder gerade ziehen. Bei der Vorarbeit, wie zum Beispiel dem Schleifen oder Trennen von dem Material, sollte man darauf achten, dass die verwendeten Schleifmittel auch geeignet sind zum Schleifen bzw. Trennen von Edelstellen. In meisten Fällen sieht man das, weil es nämlich abgedruckt wird, wie zum Beispiel hier rostfreier Stahl oder hier in dem Fall von einer Polyphanscheibe auch rostfreier Stahl. Das hat folgenden Unterschied und zwar bei Schleif- und Trennmitteln für Edelstahl sind meistens ferritische Elemente nicht enthalten. Das heißt, wenn ich die Materialien trenne oder schleife, löst sich ein Teil von den Schleif- oder Trennmitteln und kann sich auf der Oberfläche absetzen, was die Bildung der selbst schützenden Passivschicht auf dem Edelstahl verhindert. Zur Nacharbeit bzw. zum Entfernen der Anlauffarben, damit sich die Passivschicht auf dem Edelstahl wieder bilden kann, kann man natürlich auch hier die passenden Schleifmittel nehmen, wenn man die Naht zum Beispiel was wegschleifen muss oder so eine Fließscheibe zum Polieren der Oberfläche vielleicht oder auch zum Entfernen oder nur zum Entfernen der Anlauffarben. Natürlich klassisch eine Drahtbürste, dementsprechend eine ganz normale für gerade Flächen oder in dem Fall hier eine Kehlnahtbürste zum Entfernen von Anlauffarben in der Kehlnaht. Dazu ist natürlich wichtig, dass man immer drauf guckt, auch wie es draufsteht, rostfrei Edelstahl oder Edelstahl oder Inox, was auch immer. Alternativ gibt es auch das Tauchbeizen, wo man sich ein ganzes Bauteil packt und das in die Beize reinsetzt oder mit dem Pinsel an den gewissen Stellen vorarbeitet. Dazu sollte man natürlich auch aufpassen, das ist ganz gefährliches Zeug. Dazu sollte man sich die passenden Vorschriften in der Anwendung bzw. die Verwendung von Beizmitteln anschauen. Statt dem klassischen Beizen gibt es auch spezielle Geräte zum Entfernen der Anlauffarben. Diese nennt man elektrolytische Reinigungsgeräte. Beim Schweißen von Edelstählen mit WIC braucht man natürlich auch den passenden Schweißzusatz. Wenn man mit WIC handschweißt, nutzt man typischerweise die Stäbe im 1-Meter-Format in den verschiedenen Durchmessern. Welchen Durchmesser ihr verwendet, solltet ihr am besten probieren. Hat auch was zu tun mit der Nahtdicke bzw. der Blechdicke, die ihr schweißen wollt. Welchen Schweißzusatz ihr genau für euer Material braucht, könnt ihr bei uns auf der Internetseite nachgucken bzw. im Shop oder in einem Schweißzusatzbuch. Alternativ zum WIC handschweißen könnt ihr auch von uns z.B. ein TIC-Speed nehmen, d.h. ein Gerät mit einer automatischen Drahtzuführung zum Schweißbrenner hin. Dazu braucht ihr dann die passende Drahtrolle, in dem Fall z.B. eine 15-Kilo-Spule, die dann über ein passendes Gerät TIC-Speed von uns gefördert wird, wo ihr dann längere Nähte ohne das Tauschen von WIC-Drähten schweißen könnt. Als nächstes geht es zu der passenden Ausstattung des Brenners. Dazu gibt es in den meisten Fällen bei den meisten Brennertypen zwei verschiedene Varianten. Einmal die Spannzange und einmal die Gasdiffusor. Beim Schweißen von Edelstahl würde ich immer empfehlen, den Gasdiffusor zu nehmen. Aus folgendem Grund und zwar ist hier vorne in dem Gasdiffusor ein Netz eingebaut und dieses Netz verteilt das Gas gleichmäßiger und somit ist die Abdeckung beim Schweißen besser. Die Gasdiffusoren und Spannzangen gibt es natürlich auch in verschiedenen Formen und Größen und Arten für die verschiedenen Brenner. Welche ihr dafür braucht, müsst ihr gucken, was für einen Typ an Brenner ihr habt, um euch dann die passenden Teile zu besorgen. Als weiterer Teil der Brennerausstattung geht es um die Gasdüsen. Bei der Auswahl der Gasdüsen würde ich immer empfehlen, eine etwas größere, d.h. mit einer etwas größeren Öffnung zu nutzen. Das hat folgenden Grund und zwar je größer die Gasöffnung ist, desto größer ist der Teil der abgedeckten Fläche von Gas auf dem Bauteil. D.h. somit ist die Fläche, wo die Naht drunter auskühlen kann, größer und somit werden die Anlauffarben verringert. Natürlich kann man nicht immer nur so eine große Gasdüse nehmen oder im besten Fall natürlich so eine Jumbo-Gasdüse, sondern manchmal ist es halt leider auch aufgrund des Bauteils, der Bauteilgeometrie, nicht möglich, so eine große zu nutzen. Dazu muss man dann leider auf eine kleinere ausweichen. Das kann natürlich Nachteile in der Gasabdeckung haben bzw. auch in den Anlauffarben von der Schweißnaht. Bei der Auswahl der richtigen Wolfram-Elektrode könnt ihr auch bei uns auf der Netzseite nachgucken. Dazu haben wir eine tolle Liste, welche Wolfram-Elektrodenfarben usw. man verwenden kann zum Schweißen von Edelstahl bzw. welche Leistungsbereiche für die verschiedenen Durchmesser gewählt werden können. Als kleiner Tipp, meistens kann man so gut wie alle Elektroden nutzen, außer die grüne. Die grüne würde ich vorbehalten, hauptsächlich zum Schweißen von Aluminium. Beim Schweißen von Edelstahl entstehen die giftigen Chrom-6-Verbindungen. Dazu sollte man auf jeden Fall die passende Absauganlage nutzen und im besten Fall sogar einen Helm mit Frischluftzufuhr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.